Na gut Ist auch okay Ich weiß nicht was jetzt gerade wieder passiert ist Aber ich laufe einfach mal Ist ja wohl nicht Oh ja, 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 ja Oh ja, 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 ja Das nehme ich gern Sehr schön, sehr schön Das ist jetzt wohl ein Scherz, oder? Wie sind die eigentlich hierher gekommen Und haben hier irgendwelche Sachen aufgestellt? Oh ja, das ist gut Scheibe Geht halt ganz. Ja, schön, dass ich da festhänge. Hallo, lauf! Mann, warum hängt man hier überall fest? Das nervt richtig. Jetzt springt der wieder nicht. Mann, ey, es ist gerade... Das Game nervt gerade einfach. Das Game nervt gerade einfach nur. Na gut, speichern. Ja, 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 du Elimis-Drecks-Fiech, du. Ich würde das Viech ja auch mal gern wegmachen, aber ich habe halt null Raketen. Also, ich habe noch zwei, aber ich bezweifle, dass die reichen werden. Schaffen wir das? Ne. Also, entweder steht irgendwo eine Munitionskiste und ich übersehe die ständig, oder... ... Das war's. Das war's jetzt halt. Ich krieg hier halt auch nirgendwo neue. Hier geht's weiter oder was? Das ist ne perfekte Idee, jetzt zu dem Viech rüberzuspringen. Genau das, was ich jetzt will. Das war's. Mhm. Ja. Mhm. Ich hab halt auch schon längst Aufnahmepause gemacht. Aber weiß ich nicht. Ich hab jetzt irgendwie... Ich will das Spiel jetzt noch durchkriegen irgendwie. Ich hab mal pushen die richtig. Ja. 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 Doch, dein Maul, du dummes Vieh, ey. Ach, ernsthaft. Hä, hier ist doch so C4. Achso. Hat einfach nur warten müssen. Achso. Na, jetzt noch mal down. Zeit auf. Wann bin ich jetzt bei dem Viech oben? Hallo? Darf ich irgendwie... auch mal... Habe ich Raketen wieder bekommen? Habe ich irgendwas bekommen, dass ich das Viech platt machen kann? Ich glaube nämlich nicht. Lauf einfach, Digga. Könnt's mich maximal am Arsch lecken. Ja, geil. Alle. Gràcies. Shh... thats... Du. Du. Dsch... Ba, vャ, v哪. Im Eh kasem. Oh. Dort wie. So, sie macht die jetzt fertig einfach. Mir reicht's. Ich bin sauer. Okay, ich habe keine Chance. Ich kann nicht fighten. Ich muss irgendwie so schnell wie möglich da hochkommen. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich verstehe absolut nicht mehr, was hier passiert. Hier sind wir. So, zack, hier drauf drücken. Jetzt kommt die gleich hier durch. Naja, kennen wir. Jawohl, das war wieder richtig gescheit von mir. Oh, Mann. Ich will doch nur fertig werden. Ja, komm, so gekalt. Ey, ich hasse... Also, diesen Abschnitt hasse ich gerade. Das Viech ist maximal nervig. Und man darf es einfach nicht fighten und down machen. Ich verstehe nicht, warum ich hier plötzlich in eine andere Richtung laufe. Das haben wir nicht. Oh. Ja, das war ein, da. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Es ist einfach nicht anders. Ich weiß. Ich weiß. Das war's. Okay, erstmal Ruhe. Finde ich schon mal nicht schlecht. Das speichern wir mal. Finde ich schon mal. Finde ich schon mal. Finde ich schon mal. Darf ich nicht, ach so, ich darf das Wasser nicht berühren oder was? Ah, ja, ich darf das Wasser nicht berühren. Ich darf das Wasser nicht berühren. Das ist halt besonders einfach, wenn man die ganze Zeit stuck ist und nicht weiß, wo man hin muss und halt irgendwas ausprobiert und dann stuck ist oder keine Ahnung. Ah, Mann, 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 Mann. Ich weiß, ich kling gerade richtig genervt, aber es nervt mich gerade irgendwie auch. Ich weiß halt nicht, wo ich hier hin muss. Sonst bin ich hier auf dem Blatt. Man muss ja ganz schnell gucken, dass man hier weiterkommt. Okay, ich trage nicht viel Schaden davon, okay. Es ist halt nur, wenn man zu lange drin ist. Gut, gut. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt stehe ich hier auf dem Felsen. Ja, offenbar einfach mal in ein tiefes Loch springen, ist auch okay. Schade, dass ich nicht selbst erschlagen hast, du dummes Drecksvieh, ey. Boah, dann lässt uns das endlich in Ruhe. Das ist einfach nur noch nervig. Die ganze Zeit muss man von dem Kackvieh weglaufen und... Ah, nervt einfach nur. Wann können wir uns nicht einfach wieder so 20, 30, 40 Raketenschüsse schicken? Und dann bolzen wir das Viech aus dem Leben, ist doch kein Problem. Sollen so eine Ladestation hier nebendran stellen und dann machen wir das. Das ist einfach nicht so. Sollen wir! Das wäre toll! Ja, wenn wir es nicht so verhalten lassen, dann würden wir uns 5άλ. Und dann4, oh wohl. Das wäre toll! Das wäre toll! Wir müssen uns nicht aufhören. Das wäre toll! Das wäre toll! Ressourced! Das wäre toll! Ähm, wie viel sind denn das? Hallo? Einfach weiterlaufen, wir laufen einfach, ich drücke nur noch shift, ich versuche einfach hier nur irgendwo lang zu laufen. Ja, 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 da laufen wir einfach. So, da laufen wir einfach durch. Da kennen wir nix. Da laufen wir einfach. wir sind der gordon und wir laufen und wir laufen ich weiß nicht wohin aber wir laufen Hass und Gewalt oh ok